Ihre Stereoanlage können Sie am Baggersee nicht aufstellen. Auf Ihre Lieblingsmusik müssen Sie deswegen draußen aber nicht verzichten. Möglich macht's dieser Funk-Outdoor-Speaker von Auvisio. Das spritzwassergeschützte Designgehäuse besticht durch sein elegantes Lackfinish. Durch die runde Form kann sich der Sound besonders gut in alle Richtungen entfalten. Den hochwertigen mobilen Lautsprecher und den Sender können Sie mit einem Netzteil oder per Batterie betreiben. So bleibt Ihnen gerade unterwegs die volle Flexibilität erhalten. Im Dunkeln kommt die Lautsprecherbox erst richtig zur Geltung. LEDs tauchen den Lautsprecher und seine Umgebung in cooles blaues Partylicht. Die Musikquelle muss nicht neben der Box stehen. Das integrierte Funk-Audiosystem überträgt den Sound kabellos an den Aktiv-Lautsprecher. Die Funkreichweite liegt bei erstaunlichen 30 Metern. Natürlich können Sie Ihren MP3-Player auch direkt über das mitgelieferte Audio-Kabel an die Lautsprecherbox anschließen. Die ideale Spaßmaschine für draußen. Das klangstarke Bassfundament sowie die exzellenten Hoch- und Tieftöne werden Sie begeistern. Gönnen Sie sich dieses Sounderlebnis. Danke für Sie! Untertitelung des ZDF für funk, 2017